Ah, aua. Ist Ihnen schlecht? Haben Sie Kopfschmerzen oder Bauchweh? Nein, schlimmer Flugscham. Haben Sie da was? Klar. Wollen Sie eine Tablette Flugscham akut plus CO2? Da fühlen Sie sich wie der Orthonormalverbraucher, dem alles egal ist. Wie funktioniert das denn? Kennen Sie das, wenn Sie Bilder vom brennenden Wald sehen oder vom Krieg, aber es ist Ihnen einfach egal? Ja. Genau das gleiche Endorphin wird auch ausgeschüttet. Toll. Hat es Nebenwirkungen? Ja, klar. Die Welt geht den Bach runter wegen Leuten wie Ihnen. Ich meine, den Kurzstreckenflug innerhalb von Europa. Oh, jetzt ist es mir schlecht. Dann verschließen Sie doch beide Augen ganz fest vor dem Problem. Mit unserer Flugschammaske. Das ist mir zu homöopathisch. Ich brauche was richtiges. Mein Gott. Dann saufen Sie sich Ihr Gewissen doch bitte einfach weg. So wie alle anderen hier. Super Idee. 10 Gin Tonni, bitte.